Deutschland ächzt unter der Last der hohen Gas-, Strom- und Spritpreise. Hat da die Energiewende mit ihren zusätzlichen Zumutungen überhaupt eine Chance? Das fragen wir heute in Alpha Demokratie. Herzlich willkommen bei Alpha Demokratie. Schön, dass Sie dabei sind. Für alle ist es schmerzhaft und für ärmere Menschen durchaus auch existenzbedrohend, die Preisexplosion bei Strom, Gas und Öl. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Energiewende in Gang zu setzen, die ja die Versorgungskosten auch weiter erhöhen wird? Wir fragen deshalb heute die Ökorevolution. Wie teuer wird sie eigentlich? Politisch, wirtschaftlich und auch ganz praktisch für uns Verbraucher. Zu GIFO-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen und Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Guten Abend, Frau Pittel. Guten Abend. Ja, setzen Sie mal den Ton für dieses Thema heute. Die Energiewende bezahlbar machen, geht das? Die Energiewende ist bezahlbar. Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, was momentan oft verwechselt wird, ist wirklich, was auf den internationalen Energiemärkten passiert, hinsichtlich der Gaspreise, der Ölpreise und was tatsächlich Energiewende bedingt ist. Dann bleiben wir aber erst mal bei dem Thema, wo wirklich der Schuh drückt zurzeit, die hohen Energiepreise. Was sich da in Teilen der Bevölkerung an Unmut aufgestaut hat und Unmut auch oft gegen eine bestimmte Partei. Davon erzählt dieser Beitrag hier. Steigende Strompreise. Einfach dreifachen Preis kann eigentlich nicht in einem Sozialstaat so sein. Höhere Benzinkosten. Wenn Sie an der Tankstelle stehen und gucken Sie sich das mal an, ein Liter Benzin, ein Euro passiert die Regierung. Und Menschen, die das nicht mehr zahlen können. Wie soll man dann andere Sachen tragen, die teurer werden, wenn aber der Lohn geringer wird? Durch Energiesparen geht es nach den Grünen. Er hilft dabei. Ich bin Sven. Wenn ich komme, gehen die Lichter aus. Sven Schoß vom Caritasverband gibt Sozialhilfeempfängern Energiespartipps. Er dreht die Temperatur hoch, wenn draußen kalt ist. Er dreht die Temperatur runter, wenn es draußen warm ist. Und unter Umständen fängt er dann irgendwann an, die Straße zu hälzen. Die Energiepreise, eine enorme Belastung für sozial Schwache, sieht er. Und der Druck wird immer größer. Wenn die ersten Stromrechnungen reinfliegen, sozusagen, und das wird im Frühjahr und im Sommer der Fall sein, dann wird die große Welle und der große Knall erst noch kommen. Und diejenigen, bei denen der große Knall schon angekommen ist, suchen Schuldige. Grün, die wollen alles grün haben, aber bezahlen tut die breite Masse. Und das ist der Verbraucher. Und die Großen kriegen noch Prozente. Aber so waren die Grünen schon immer. Herr Nouripour, so waren die Grünen schon immer. Die Grünen, die das alles teurer machen, das Image, werden sie irgendwie nicht so richtig los. Haben Sie Angst, dass das jetzt auch nicht besser wird? Es ist offensichtlich, dass die Strompreise, vor allem die Energiepreise, jetzt dramatische Maße annehmen. Wir sehen, dass Leute wegen der Stromrechnung alleine in die Grundsicherung fallen. Die Antwort darauf ist aber nicht weniger Klimaschutz. Weil wenn weniger Klimaschutz gemacht wird, dann sind diese Leute ja genauso hart betroffen und sogar härter, wenn sie schwächere sind sozial. Erhöhter Erklärungsbedarf bei den Grünen, die ja wie keine andere Partei für die Energiewende stehen. Frau Professor Pittel, können Sie denn die Leute, vor allem auch den offenkundigen Grünen-Gegner, verstehen? Oder ist es ein bisschen ungerechter, jetzt sozusagen alle Schuld bei den Grünen abzuladen? Aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall in einer gewissen Weise ungerecht. Ich meine, das eine, was wir haben, ist, dass wir quasi vom Verfassungsgericht vorgeschrieben haben, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden sollen. Das ist das eine. Das heißt, es muss etwas getan werden. Und das andere, weswegen die Leute jetzt so sauer sind, ist ja der aktuelle Anstieg, der massive Anstieg auch in den Energiepreisen. Und der ist eben nicht auf die Energiewende zurückzuführen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, wie sich die Erhöhung der deutschen CO2-Preise zum Jahreswechsel auswirkt, ist das ein bis zwei Cent pro Liter Benzin. Das ist 25 Euro ungefähr bei einer durchschnittlichen Erzgasheizung pro Jahr. Also das nicht in Verhältnis zu setzen hinsichtlich dessen, was passiert aufgrund der Preise, Gaspreisanstiege, Ölpreisanstiege auf den internationalen Märkten. Die Leute sind eben sauer und die unterscheiden dann eben oft nicht, was hat genau mit der Energiewende zu tun und was sind da möglicherweise die anderen Gründe. Die Energiewende, die setzt ja gerade auf diese langsame, aber planmäßige Verteuerung der fossilen Energieträger. Wenn wir vielleicht mal auf die Politik schauen, hat die so ein bisschen diese drängende soziale Frage verschlafen, unterschätzt vielleicht auch? Ja, also für eine ganze Zeit ja. Ich glaube, das erste Mal, dass den Leuten richtig bewusst wurde, dass das ein drängendes Problem sein könnte, war als in Frankreich die Proteste entstanden sind. Die Gelbwesten-Proteste, ja. Genau, also eine lange Zeit war es eben so, dass man zwar so homöopathischen Dosen Klimapolitik betrieben hat, es aber den Einzelnen nicht groß betroffen hat. Und jetzt müssen wir das Tempo anziehen. Die Kosten sollen sonst insgesamt noch höher werden. Und dann hat man quasi vergessen, gleichzeitig auch zu kommunizieren, wie man diese Belastungen so verteilen will, dass das eben auch sozial ausgeglichen ist. Ist es nicht ein schweres Versäumnis, dass zwar jetzt eben Öl und Gas teurer werden, aber dass der Ausbau der sauberen Energien, dass der noch gar nicht so richtig begonnen hat? Er hat schon begonnen, also ganz so weit zurück. Ist noch nicht richtig in Fahrt gekommen. Er war schon in Fahrt und er hat an Tempo ziemlich zurückgelegt. Also das auf jeden Fall. Weil ich meine, es ist natürlich langfristig eine Option, von den internationalen Gaspreisen, Ölpreisen unabhängig zu werden, indem man einfach mehr Energie auch zu Hause bezieht, beziehungsweise einfach stärker auch diversifiziert, wo man die Energie herbekommt. Das ist ja bei Gas momentan auch das Problem. Das heißt also, insofern, man muss im Prinzip schon genauer differenzieren, was da eigentlich passiert. Dann differenzieren wir mal und schauen wir mal konkret auf den Strompreis. Das ist nämlich wirklich interessant. Während der in Bulgarien am günstigsten ist, in der EU haben wir hier in Deutschland den teuersten Strom und wir liegen da auch weltweit ziemlich weit vorne. Ja, und hier sehen wir jetzt alle eine Kurve wirklich mit sozialer Sprengkraft, muss man sagen. Ein durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt hat noch um die Jahrtausendwende rund 40 Euro im Monat für den Strom gezahlt. Seither eben ein kontinuierlicher Anstieg. Und jetzt sind wir schon bei deutlich über 100 Euro angelangt, wie auch im Beitrag schon zu hören war. Also fast eine Verdreifachung des Preises. Frau Pittel, das kann ja über diesen langen Zeitraum nicht mit der normalen Inflation zusammenhängen, auch nicht mit einer Energieknappheit. Wie kommt es denn zu dieser steilen Preiskurve beim Strom? Ja, das, was eigentlich erstaunlich ist, ist, dass nicht an sich die Erneuerbaren waren. Weil die Erneuerbaren produzieren ja, wenn sie erstmal stehen, eigentlich ohne Kosten jede zusätzliche Stromeinheit. Da muss ja kein Gas mehr reingegeben werden, kein Öl und so weiter. Das heißt also, was wir lange Zeit beobachtet haben, oder zumindest für einige Jahre, war das an der Börse, wo der Strom ja gehandelt wird, tatsächlich der Preis runterging. Gleichzeitig haben wir aber natürlich sowas gehabt wie die EEG-Umlage, die dann im Prinzip diese ganzen Förderkosten für die Erneuerbaren verteilt hat auf die Stromnachfrage. Und dadurch ist der Strompreis hochgegangen. Dann sind die Netzgebühren zum Teil auch hochgegangen, weil natürlich die Netze ausgebaut werden müssen, wenn ich wesentlich dezentraler produziere und dann auch zwischen Nord und Süden höheren Austausch habe. Gleichzeitig gab es noch weitere Umlagen. Das heißt also, der Staatsanteil, im Endeffekt, wenn man die EEG-Umlage mal als Staatsanteil bezeichnen will, was eigentlich nicht korrekt ist, aber der im Prinzip über die Energiewende natürlich zustande kam, dann sind das vor allen Dingen auch die preistreibenden Faktoren gewesen. Bei den Abgaben müsste man jetzt eben so ein bisschen ausmisten, sage ich einfach mal. Aber ist das nicht auch ein Dilemma für die Politik? Denn wenn sie den Strom von Abgaben befreit, dann fehlt ja wiederum Geld, was anderswo auch eingeplant war. Ich meine, das ist der Vorteil, wenn man gleichzeitig CO2-Preise erhebt, da kommt auch noch wieder was rein. Aber wir haben schon das Problem, dass wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen die EEG-Umlage komplett runter vom Strompreis und finanzieren die komplett über den Staatshaushalt, wir senken die Stromsteuer, das ist ja auch sehr stark in der Diskussion, auch sinnvoll, darf man auch nicht vergessen. Dann hat man da insgesamt, sagen wir mal so grob, 25 Milliarden, die man finanzieren muss. Man kriegt aber über die CO2-Preise bisher im letzten Jahr 12 bis 13 Milliarden rein. Das heißt, das ist immer noch eine Lücke. Und dann stellt sich in der Tat die Frage, wie finanziere ich das, über welche Steuern und wie wirkt sich das wieder auf die verschiedenen Einkommensgruppen, auf die verschiedene, ja, je nach Abhängigkeit von der Demografie dann tatsächlich auch aus. Und dann ist es ja auch noch so, die Politik will fossile Energie verteuern, damit die Erneuerbaren dann eben auch attraktiver werden. Aber dieser Steuerungsansatz, der gerät doch an seine Grenzen, wenn wirklich Grundbedürfnisse berührt werden. Also wenn einfach die Menschen in einer warmen Wohnung sitzen wollen und nicht in einer kalten, da kann ja kein Verzicht sozusagen geübt werden. Völlig richtig. Aber der Punkt ist eben, dass wir da vom Klimaschutz her noch gar nicht an dem Punkt sind, sondern dass eben die Leute in diesem Jahr vor allen Dingen Schwierigkeiten haben werden, zum Beispiel ihre Gasrechnung zu bezahlen, wenn sie wenig Einkommen haben. Das liegt eben daran, dass auf den Gasmärkten der Preis so hochgegangen ist und das natürlich weitergegeben wird. Also wie gesagt, der Gesamtanteil, den jetzt zum Beispiel jemand, der eine Gasheizung hat für diese deutschen, das sind ja die deutschen CO2-Preise, nicht die europäischen, das sind die deutschen, zu zahlen hat, das sind ungefähr 150 Euro im Jahr. Jetzt rechnet man damit, dass die Gasrechnungen bis zu 500, wenn nicht mehr Euro hochgehen. Das ist aber eben zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass wir momentan diese internationale, also nicht nur in Deutschland gefühlte Energiepreiskrise haben. Aber wie auch immer man es sieht, die Politik wird auf jeden Fall unter Druck geraten. Jetzt kann man natürlich vor diesem Hintergrund die Energiewende als Gefahr sehen. Man kann sie aber aus einer anderen Perspektive auch durchaus als Chance begreifen. Fangen wir mal mit den Skeptikern an. Da haben wir zum Beispiel Jan-Peter Kranen vom Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung, der sagt, der Wandel wird teuer. Da haben wir Ihren Chef, Frau Pittel, Clemens Fust, IFO-Präsident. Der sieht schon natürlich die Notwendigkeit der Energiewende, aber er sagt, die werde den deutschen Wohlstand nicht steigern. Zitat, von 100 Euro, die wir ausgeben, kommen vielleicht ein oder zwei Euro uns zugute. Also volkswirtschaftlich gesehen eher eine Bürde. Dann gibt es aber auch Wissenschaftler, die mehr Licht als Schatten sehen. Und da hätten wir zum Beispiel Monika Schnitzer, wirtschaftsweise vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die sagt, die Energiewende bietet doch die Chance, sich weniger abhängig zu machen von Gas- und Ölimporten. Und auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, sieht die ganze Sache positiv. Der sagt, die Transformation ist ein Wachstumsmotor. Ja, das waren jetzt stellvertretend für die zwei Sichtweisen, je zwei Stimmen. Frau Professor Pittel, bei Ihnen im IFO-Institut gibt es ja keine Denkverbote, natürlich nicht. Sie dürfen auch Ihrem Chef widersprechen, auch gerne hier vor laufender Kamera. Wenn jetzt Herr Wust sagt, gewissermaßen der Klimaschutz ist zwar eine Menschheitsaufgabe, die man anpacken muss, aber wirtschaftlich eher ein Verlustgeschäft. Sehen Sie das anders? Ich meine, beide Seiten haben eine gewisse Wahrheit. Es wird schon teuer im Sinne, dass es zum Beispiel sehr viel Investitionen notwendig macht. Also ein Bericht, der gerade rauskam, der zur Klimaneutralität alle möglichen Ergebnisse liefert, was muss wo gemacht werden, wie viel müssen wir mehr investieren, der sagt, dass wir ungefähr 800 Milliarden an mehr Investitionen haben werden. Das ist aber natürlich nicht Geld, was man wegschmeißt. Das wird ja wieder investiert, dadurch gibt es wieder Wertschöpfung, da gibt es wieder Arbeitsplätze. Das heißt also, man kann nicht Investitionen mit Kosten gleichsetzen. Aber es ist schon eine Menge Geld, die im Endeffekt in bestimmte Richtungen fließt und nicht mehr in eine andere Richtung. Die Aussage von Clemens Fuchs, da war ich auch etwas überrascht. Ich habe ihn dann prompt auch nochmal gefragt, wie er es denn gemeint hat. Und was er meinte und was natürlich auch richtig ist, ist, dass wir als Deutschland nur ein bis zwei Prozent tatsächlich zum Klimawandel beitragen. Und er hat quasi die Analogie gezogen, wenn wir 100 Euro ausgeben, dann führt das in vielen anderen Ländern, also die eingesparten Tonnen CO2, auch zu einer Verbesserung, zu einem Nutzen, den man daraus zieht, weil der Klimawandel nicht so stark ist. Und unser Anteil daran ist relativ gering. Aber er sagt genauso eben auch, dass natürlich, was immer ich investiere, wird dann auch sich im Bruttoinlandsprodukt auch widerspiegeln. Also insofern muss man das ein bisschen auseinandernehmen. Als ich die Erklärung gehört habe, habe ich mich das auch verstanden, weil sonst war ich dann doch etwas überrascht. Und hat er aber sofort so geschrieben. Also insofern... Und Sie plädieren ja ohnehin dafür, wie ich gelesen habe, dafür, dass Deutschland eine Vorreiterrolle einnimmt. Sie hoffen auf so eine Sogwirkung in Europa, aber auch weltweit, wenn Deutschland sozusagen vorangeht. Hoffen Sie da im Besonderen darauf, dass sich vielleicht irgendwelche innovativen Technologien in die investiert wird bei uns, die bei uns entwickelt werden, dass sich das am Ende auszahlt? Ja, man darf nicht vergessen, dass wir inzwischen so weit sind, dass über 100 Länder weltweit sagen, sie wollen klimaneutral bis Mitte des Jahrhunderts werden. Das heißt also, nach diesen Technologien wird eben auch eine Menge Nachfrage bestehen. Insofern bestehen da durchaus Chancen auch für Deutschland. Und was für Deutschland einfach wichtig ist, ist nicht, dass wir sozusagen zeigen, wie es alle anderen machen sollen, sondern dass wir zeigen, dass es funktionieren kann, dass wir tatsächlich die Emissionen senken und trotzdem ein funktionierendes Wirtschaftsmodell haben. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass wir versuchen, es dementsprechend anzugehen und nicht quasi zu Technologie eingeschränkt, sondern wirklich technologieoffen daran gehen. Sonst werden wir eben die notwendigen Investitionen nicht haben, sonst werden wir die Innovationen nicht haben. Und gerade ohne die Privatwirtschaft werden wir das niemals stemmen. Ah, der Zeithorizont, der ist schon auch enorm, muss man sagen, oder? Also, was wir da bei den Argumenten pro Energiewende gesehen haben, also weniger Abhängigkeiten von unsicheren Kantonisten, unsicheren Öl- und Gaslieferanten. Das ist natürlich ein schlagendes Argument. Aber es wird noch sehr lange dauern, bis es dann tatsächlich soweit ist, oder? Ja, kommt drauf an, in welchem Bereich man schaut. Also, gerade im Mobilitätsbereich bewegt sich bisher noch sehr wenig, aber da soll es dann auch sehr schnell gehen, dass man eigentlich bis Mitte der 30er Jahre dann wirklich keine, also, wenn es der EU geht, Deutschland ist nochmal eine andere Frage, man strebt es ja teilweise noch schneller an, aber da soll es eigentlich ab Mitte der 30er Jahre keine Zulassung mehr von Benzinern und Diesel geben. Also insofern, aber gleichzeitig hat man natürlich gerade im Energiewendebereich auch das Problem, also was Strom angeht, dass man im Prinzip, wenn man sehr viel erneuerbare Energien haben, die ja sehr fluktuierend einspeisen, dass man eben Erdgas auf absehbare Zeit noch brauchen wird. Das heißt also, man muss gleichzeitig versuchen, eben auch Vorkehrungen dahingehend zu treffen, dass man nicht so abhängig ist von einzelnen Lieferanten. Also, dass man im Prinzip sagt, wir können diversifizieren mehr, wir haben mehr Speicher und auf die Art und Weise auch solche massiven Anstiege in Zukunft vermeidet. Ja, aber bis wir dann im Wunderland der erneuerbaren Energien leben, wird noch viel Zeit vergehen. Viele Jahre, die dann eben auch Belastungen mit sich bringen können, wie übrigens auch der neue Wirtschafts- und Klimaschutzminister bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags in alle Offenheit eingeräumt hat. Klimaneutral bedeutet natürlich unter den Bedingungen von Wohlstand und Wachstum die Produktion von erneuerbaren Energien in großem Ausmaß und in großer Menge und das Ganze in großer Geschwindigkeit. Ich will also an der Stelle sagen, dass bei allen Sonntagsreden, die es immer gibt, für mehr Klimaschutz und irgendwie sind alle für erneuerbare Energien, das nicht ohne Zumutungen zu haben sein wird. Und da war es das hässliche Z-Wort. Frau Pittel, besteht denn die Gefahr, dass jetzt eine Menschengeneration, sage ich einfach mal, vor allem die Zumutungen zu tragen hat, bevor dann endlich die Früchte geerntet werden können, der ganzen Energiewendekiste? Also ich glaube, dass man tatsächlich in den nächsten Jahren verstärkt Kosten zu tragen hat, das kann man einfach nicht verneinen. Da sind natürlich noch einfach Technologien, die noch nicht so ausgereift sind, dass sie tatsächlich auch günstig sind. Es sind verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen. CO2-Preise, hohe CO2-Preise sind nur dann interessant, wenn tatsächlich auch CO2 ausgestoßen wird, sonst haben wir da keine Belastungen mehr draus. Aber in der Zeit muss man dann eben, das hatten wir ja gerade eben auch schon sehen, dass man die Belastungen so verteilt, dass eben alle damit auch leben können. Und das ist eben, da gibt es verschiedene Instrumente, aber das ist von der Politik momentan noch nicht ausreichend thematisiert. Dann machen wir es mal konkret. Ist bislang zu sehr, in zu hohem Maße der gut situierte Bürger gefördert worden? Vielleicht so der Häuslebauer, der sich sein Haus schön dämmt? Und zu wenig der wirtschaftliche Schwache, der in Existenznöte kommen kann? Ja und nein. Also im Prinzip, wir müssen natürlich schon auch immer sehen, dass wir nicht nur alles fördern können. Wir können uns nicht grün fördern. In manchen Bereichen brauchen wir das, aber in vielen Bereichen ist es tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, dass eigentlich eher die gut situierten davon profitiert haben, im Gegensatz zu den ärmeren. Gleichzeitig haben die ärmeren aber eben auch Belastungen aus CO2-Preisen, aber auch aus technischen Regelungen. Wenn ich bestimmte Heizungen nur noch einbauen darf oder für Mieter genauso wie für Hauseigentümer, dann trifft das in der Regel die Armen stärker als die Reichen. Die Armen können aber häufig gar nicht so gut ausweichen. Das heißt also, da muss man tatsächlich überlegen, wie kann man geschickt einerseits unterstützen, aber andererseits eben auch die Signale klar machen, in welche Richtung es gehen muss. Also zum Beispiel ist ja die Diskussion, dass man die Strompreise versucht zu senken über EEG-Umlage, über Stromsteuer und so weiter, dass man pro Kopf zurückerstattet, was man einnimmt. Und das sind im Prinzip alles Maßnahmen, die auch sinnvoll sind, die aber wesentlich stärker auch in den Mittelpunkt gestellt werden müssen. Weil sonst hat man das Gefühl, auch als Bevölkerung, dass eigentlich immer nur auf Aufschreie reagiert wird und nicht, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass man versucht, das eben abzufedern. Bleibt natürlich die Frage, wenn alles ohnehin schon so schwer und herausfordernd ist, ob wir Deutschen es uns nicht noch extra schwer machen, das ganze Stichwort Atomenergie. Die Franzosen, die setzen ja weiter auf ihren günstigen Atomstrom. Wir dagegen schalten die Meile ab. Wir fahren die Kohle massiv zurück. Und wir machen uns immer mehr abhängig vom Gas. Deutschland braucht moderne Gaskraftwerke als Übergang, weil sonst wegen des Kohle- und Atomausstieges Energieknappheit droht. So erklärt es die Bundesregierung und akzeptiert die Entscheidung der EU-Kommission, die neue Gaskraftwerke als ökologisch nachhaltig einstuft und sie damit für Anleger attraktiv macht. Wir müssen alle Mittel einsetzen, um Klimaneutralität zu erreichen, denn wir haben weniger als 30 Jahre Zeit und müssen jetzt handeln. Was der Bundesregierung aber überhaupt nicht passt, das grüne Label soll auch für Atomkraftwerke gelten. Anders als Deutschland setzen in der EU viele Länder auf Atomenergie. In der Slowakei, Finnland und Frankreich sind neue Atomkraftwerke im Bau und auch in Osteuropa gibt es bereits viele konkrete Neubaupläne. In der Ampelkoalition hatten vor allem die Grünen gegen das Ökoetikett für die Atomkraft protestiert. Die Position der Bundesregierung bleibt die Position der Bundesregierung, dass wir dagegen sind, dass Atomkraft als nachhaltig eingeschätzt wird. Umweltschützer klagen, dass die EU-Entscheidung das Geld von Anlegern in eine völlig falsche Richtung lenkt. Egal, ob es um Atom geht oder um Gas. Wir können Investoren nur abraten, in diese Technologien zu investieren. Die haben keine Zukunft, die haben auch wirtschaftlich keine Zukunft. Und das dringend benötigte Geld für die Energiewende sollte fließen in erneuerbare Energie, Energieeffizienz, grünen Wasserstoff und ganz sicher nicht in Gaskraftwerke. Frau Pittel, Atomkraft weg, Kohle weg, immer stärkere Abhängigkeit vom Gas. Sind wir Deutschen da ein bisschen auf dem Holzweg? Atomkraft ist einfach etwas, was wirklich die Leute spaltet. In Deutschland, glaube ich, haben wir schon eine gesellschaftliche Mehrheit für den Ausstieg aus der Atomkraft. Was man diskutieren kann, ist, ob man quasi gleichzeitig aus allem aussteigen sollte oder ob man gesagt hätte, die Kraftwerke stehen schon, die laufen schon, die sind abgeschrieben, die produzieren aktuell zu relativ geringen Kosten Strom und entsorgt werden müssen sie sowieso. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ob man unbedingt neue bauen will. Ich meine, in Frankreich zum Beispiel haben wir gerade gesehen, in Finnland werden neue gebaut. Die werden seit 13, 15, 16 Jahren gebaut. Also es ist sehr langwierig. Es ist auch relativ teuer, wenn neu gebaut wird. In England gibt es ein neues Kraftwerk, was gebaut wird. Da hat sich der Betreiber zusichern lassen, dass pro Kilowattstunde, ich glaube, 10 oder 11 Cent gezahlt werden. Das ist weitaus über dem, was im Prinzip bei Erneuerbaren anfällt. Das ist also gar nicht so günstig, wie immer gesagt wird. Das ist nicht so günstig, wie es immer gesagt wird. Ich glaube, das ist wirklich etwas, wenn die schon 20 Jahre stehen, dann ist das eine Sache. Aber wenn sie neu gebaut werden, ist es eine andere. Und dann ist ja auch die Frage, was ist eigentlich nachhaltig? Ist das nur Emissionen? Oder sind das auch andere Risiken, die mit der Produktion zum Beispiel einhergehen? Insofern finde ich die Einstufung als nachhaltig, sowohl hinsichtlich Atomkraft als auch hinsichtlich Gas, sehr problematisch. Bleiben wir noch ganz kurz bei der Atomkraft. Was spricht eigentlich dagegen? Und ich habe es ein bisschen bei Ihnen rausgehört, dass das vielleicht so eine Art Kompromiss sein könnte, die bestehenden Atomkraftwerke zur Sicherheit noch ein bisschen länger laufen zu lassen. Wir sind jetzt eigentlich am Punkt, wo das schon fast nicht mehr diskutiert werden. Ich glaube, wir haben noch zwei, die noch laufen. Zwei haben wir abgestellt am Jahreswechsel. Die anderen sind natürlich zum Teil auch schon zurückgebaut. Also wir können jetzt nicht quasi noch mal zehn Jahre zurückgehen und alles wieder sofort in Gang setzen. Das heißt also, es ist im Prinzip eine Diskussion, die ex post zwar interessant ist im Nachhinein, aber uns jetzt nicht viel weiterbringt. Dann schauen wir mal in die Zukunft. Im Beitrag kam es vor, Sie haben es auch gesagt, die EU-Kommission stuft Atomkraft und Gas eben als nachhaltig ein. Das kann sich auf die Investitionsentscheidungen von Anlegern auswirken. Fürchten Sie auch, dass jetzt sehr viel Geld eben in diese alten Energien fließt, in Atomkraft, in Gas und dass dieses Geld dann den erneuerbaren Energien fehlen könnte? Ich glaube nicht, dass es ein Entweder-Oder ist. Ich meine, der Fakt ist, wir brauchen einfach Gas auch, um eben diese angesprochenen Fluktuationen auszugleichen. Das heißt, wir brauchen Investitionen darin. Gleichzeitig wissen natürlich aber auch alle, dass da ein begrenzter Zeithorizont ist. Das heißt also, dass diese Investitionen sich über einen relativ kurzen Zeitraum rechnen müssen. Das heißt, hier wird wirklich abzuwarten sein, ob die Investitionen, die wir brauchen, fließen werden. Sogar mit der Unterstützung, sagen wir mal so, dass sie europäisch als nachhaltig eingestuft werden. Aber sie im Prinzip als nachhaltig einzustufen, setzt aus meiner Sicht einfach das falsche Signal. Da höre ich raus. Sie glauben gar nicht unbedingt daran, dass es jetzt einen unglaublichen Run gibt von den Investitionen her auf Atomkraft und auf Gas? Also in Deutschland sowieso nicht. Das ist klar. Also hier nicht in Richtung Atomkraft. Aber dass es deswegen einen Run in Richtung Erdgas geben wird, das glaube ich auch nicht. Also es ist einfach die Möglichkeit, gewisse Fördergelder damit eben auch weiter zu zahlen oder in Zukunft zu zahlen verbunden. Das kann das natürlich unterstützen, dass überhaupt investiert wird. Aber ich sehe ohne das relativ pessimistisch das an, was die Investitionsbereitschaft angeht. Wenn sich jetzt der Ausbau der Erneuerbaren weiter verzögert und wir in Energienöte geraten, dann vielleicht sogar Atomstrom aus dem Ausland dazukaufen müssen, sind wir dann, wie manche sagen, sozusagen Opfer des deutschen Hypermoralismus geworden? Ich denke, dass es im Endeffekt jedes Volk, jeder Staat für sich entscheiden muss, wie der Energiemix aussieht. Wir müssen ihn dekarbonisieren, das ist völlig klar. Und wenn wir Strom importieren, dann können wir nicht an der Grenze sagen, der kommt rein und der kommt nicht rein. Strom ist Strom an der Grenze. Ob der aus Kohlekraftwerken kommt, ob der aus Atomkraftwerken kommt. Ich meine, was wir schon versuchen können, ist, dass wir Druck ausüben, dahin gehen, dass es weniger subventionierte Strompreise gibt. Dass einfach ein fairer Wettbewerb dann auch entsteht. Das ist das eine. Und da wird eben auf Frankreich noch einiges an Kosten zukommen, wenn die so viele Atomkraftwerke, wie sie dann irgendwann brauchen, tatsächlich auch zubauen wollen. Aber eben gleichzeitig haben wir natürlich auch die Situation, dass die steigenden Preise für Emissionszertifikate immer stärker auch dazu führen, dass osteuropäische Staaten zum Beispiel den Druck spüren, aus der Kohle rauszugehen. Dass es einfach nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Jetzt haben wir viel über Probleme geredet, auch über die soziale Frage, die ja sehr wichtig und sehr drängend ist und wo die Politik Antworten finden muss. Aber vielleicht zum Schluss, was stimmt Sie denn hoffnungsvoll, dass die Energiewende am Ende doch ziemlich schnell und dann auch sozialverträglich gelingen wird? Ich glaube, die Politik hat es gehört, dass im Prinzip die Sozialverträglichkeit immer entscheidender wird. Und wenn ich mir die Sofortprogramme, den Koalitionsvertrag anschaue, dann ist das auch durchaus verankert. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass dieser Druck auf die Energiepreise schon dazu führt, dass man sich genau überlegt, welche Schritte man geht und wie man versucht, diese Energiewende zu steuern. Und dass das eher dazu führt, dass wir es insgesamt mit einem geringeren Preisschild kriegen, als wir es sonst bekommen hätten. Und Sie glauben, das Ganze wird dann schneller auch vonstatten gehen, als man jetzt momentan vielleicht erwartet, wo man so den Eindruck hat, es tut sich ja gar nichts? Da muss noch einiges passieren. Also wir haben einige Ansätze, Planungsverfahren zu beschleunigen, höhere CO2-Preise, was wir jetzt auch schon diskutiert hatten, mehr Rechtssicherheit, wo darf ich überhaupt ausbauen und so weiter. Aber so viele Probleme wollen wir gar nicht mehr hören, sondern wir nehmen die positive Botschaft mit am Ende, wird es gelingen? Es wird gelingen, ja. Sagt Karin Pittel, Leiterin des IFO-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen hier bei uns in Alpha. Vielen Dank, Frau Professor Pittel. Gerne. Vielen herzlichen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es für heute von Alpha Demokratie. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie wissbegierig. Bis zum nächsten Mal.